Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir heute in eine Power-Rüstung einsteigen werden. Und zwar Ladung 40, 84, 92. Ja, machen wir erstmal die hier. Sehr gut, einsteigen. Und dann geht es mal ab zum Leuchnen mehr, zum Virgil, den muss ich ja irgendwie finden. Ich habe mich immer schon gefragt, wie du wohl als Roboter aussehen würdest. Ja, übel. Danke, Nick. Okay, super. Power-Rüstung. Gut, Daten, Aufgaben, Leuchten im Meer, Karte anzeigen. So, dahin müssen wir. Oha, das wird ein Weg. Kann ich da nicht jetzt irgendwie hinfliegen? So hier hin oder so? Nein, ich habe ihn noch nicht entdeckt. Oder ich fliege einfach da hin. Nein, ich wollte fliegen. Ach, ich Idiot. Entschuldigt. Ah, jetzt mache ich eine Schnellreise. Tut mir leid. Ich sollte ab und zu mal ein bisschen länger schlafen. Oh nein, es tut mir leid, Leute. Das wollte ich nicht. So, wenn ich aber schon mal hier bin. Dummerweise. Kann ich jetzt einen Transfer machen? Ja, ich wollte jetzt nur mal gucken, was hier so alles ist. Na, nicht viel. Ah, kommt das nehmen wir mal mit hier. Aufbreitetes Wasser. Schrott habe ich hier ein bisschen. Okidoki. Aber bauen kann ich hier nicht jetzt, oder? Mit Power-Rüstung. Doch, geht. Wow. Dann mache ich hier auch schnell diese Kisten. Aber irgendwie wird die nicht funktionieren. Why not? Naja, gut. Ist halt erstmal so. Metallbox. Und diese Box. Dann werde ich erstmal den Schrott. Ah ja, beziehungsweise die Waffe. Das Kleidungsstück. Und den Schrott schon mal zusammen sammeln. Genau. So. Waffen. Und die. Okay. Dann. Schrott. Sehr schön. Und Kleidung. Ähm. Da. Äh. Dogmeat. Was ist passiert? Oh nein. Bin ich auf dich raufgetreten, oder was? Oh oh. Tut mir leid. So. Da lang müssen wir. Ich gucke mich nur mal ein bisschen um. Wachbot. Oh nein. Komm, gib dir deinen Schrott. Ein Fusionskern. Sehr schön. Ah. Wartet mal. Ich muss wieder den Schrott weggeben. Ohne Momente. Bin ja weit gekommen. So. Okay, jetzt geht's aber los. Noch mehr Gefahr? Sieht nicht so aus. Was ist denn da eigentlich? Wilder Mischling? Wo denn? Da. Ey Leute, was macht ihr denn da? Schluss mit lustig. Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Ah. Ich brauche ein bisschen Essen. So, war's das? Gut. War ich da noch nicht drin? Ja. Okay. Aber wie komme ich denn jetzt hier in diese Tür rein? Da? Da. Ach so, das jetzt ist es offen. Ah. Ich verstehe. Ah, der Wachbot war doch schon draußen. Na gut, egal. So, ich habe eine Leuchte. Denn es ist ja schon wieder dunkel. Meine, meine Güte. Guck mal, sehe ich nicht toll aus in pink. Okay. Oh, ich hänge. Dogmeat, geh mir bloß aus dem Weg, denn ich zerdrücke dich. Ich habe ein Gewicht von 5000 Tonnen. So. Ansicht wechseln. Hier sind wieder so eine Blefliegen. Wie eklig. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Da sind noch mehr? Komm schon. Das brennt hier. Schnell weg, sonst explodiert es noch. Nick? Alles gut? Leute, ich bin eine Power-Rüstung. Überlegt euch das dreimal. Rand des leuchtenden Meeres. Oh, fucking shit. Na, ihr macht das schon, Jungs. Oh, shit. Ah, guck mal. Nein, die machen es nicht. Und. Tada. Explodiert. Ja, ich kriege hier Strahlung ab. Ich sehe das schon. Ach, du Scheiße. Was ist denn hier los? Nick? Ah. Wow, wow, wow. Ich will hier weg. Ich hänge. Oh, Gott. Tja, wenn es nicht anders geht. Was ist hier noch los? Nick? Ach, da. Boah, ich bin gerade mal am Rand und hier ist schon die Hölle los. Das überlebe ich doch hier überhaupt nicht. So, der ging recht schnell. So, der ging recht schnell. Lebst du noch? Ja, der hat noch gelebt. Okay. Alter Schwede. Ich glaube, ich glaube, ich sollte auch mal speichern zwischendurch, ne? Ich habe das jetzt irgendwie vergessen, da ich jetzt auch Fallout 76 spiele. Und Leute, im Übrigen, es ist total klasse, was ihr so für Kommentare hinterlasst. Ach, da blüht doch mein Herzchen auf, mein kleines. Da ist wieder was. Boah, ist die weggeschossen? Wow. 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 Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du bist mega hässlich. Geh weg. Die ist mutiert. Aua. Ich sterbe. Aber was ist denn jetzt hier wieder los? Au. Äh. Stimpack. Habe ich jetzt einen Stimpack genommen? Ähm. Geht das jetzt hier an dieser Stelle immer so weiter? Wow. Metallrüstung. Linke Arme strafend. Wirf 10% des Nachkampfschans zurück auf den Angreifer sowie plus 2 Schans und Energieresistenz. Ey, das überlebe ich doch hier niemals. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh nein. Noch mehr? Ach komm, leck mich. Aua. Geh weg. Aua. Um Gottes Willen. Oh nein. Jetzt geht auch noch mein Fusionskanal. Schreckt dein Geigerzähler auch Purzelbäume? Äh. Ja. Ja. Aber da ist irgendwas. Ich seh nur nicht was. Und was ist da? Kann ich mich bücken? Ja. Was ist da? Oh Leute, ich schaff das hier niemals. Wie, wie, wie vor so ein Kerner habe ich? 30, ne? Über 30. Was läuft denn dort? Ach, ne Blähfliege fliegt dort. Da kommt jemand. Nee. Komm. Oh Gott. So. Ne Todeskralle? Ach, hör doch auf. Oh. Wo kommen die denn her? Woa. Stimp back, stimp back, stimp back. Aua. Aua. Ach, Gottes Willen. Nein. Dogmeat. Eine schwarze Blähfliege. Wo denn? Da. Die zappeln aber auch so. Ja, das sag ich dir, Nick. Was ist da los? Ja. Das ist ja hier ein tatsächlich gefährliches Pflaster. Ich weiß schon, warum ich hier nicht hin wollte. Das klang schon so gefährlich. Aber da vor mir ist irgendwas zu entdecken. Skorpion. Oh nein. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. So, ich möchte ganz gerne das da entdecken, was da vor mir ist. Wenn ich jemals da hinkommen sollte. Aber was? Jetzt hast du ein Problem. Hier ist irgendein Bug. Guck mal. Ja, in Ordnung. Da ist die Amerika-Flagge. Ach, statisches Versorgungslager. Die 84. 80. Wow. Oh, guck mal. Nee, die Hante nehme ich jetzt nicht mit, die sind zu schwer. Du magst Antiquitäten, nicht wahr? Ja. Okay, die habe ich schon geleert, oder die hier auch, oder? Ja. So, was ist hier los? Hier sind Robbys. Ah, da oben liegt noch was, Müll, Vakuum, Dingsbums, okay, Terminal entsperren, oh nein, oder? Jetzt muss ich aus meiner Powerrüstung raus, ich werde doch hier kaputt gehen. Okay, 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 wartet mal, ganz entspannt, ganz entspannt, wartet mal. Ähm, einmal raus, oh Gott, jetzt werde ich hier sowas von vollgedixt hier, ähm, Gesundheitskern, wartet mal. nehm ich mal weg. So, jetzt brauche ich ein bisschen Redex, glaube ich, wartet mal. Oh Gott, habe ich überhaupt genug dabei? Okay, Leute, ich muss schnell machen. Schnell, ja. Ja, mhm. Okay, ich kriege einen Red ab, das sollte... Ach, komm, Beeilung, Beeilung. Ach, Gott sei Dank. Sicherheits-Türsteuerung. Öffnen. Öffne dich. Tür. Danke. So. Ach, ich hänge. Nick, dass du total tiefentspannt hier sitzt, ist voll genial. Zwölf. Guck, nehmen wir die jetzt. Eingabe. Ach, ich fühle mich jetzt wieder wohler. So, bei Nick habe ich jetzt hier irgendwo... Wartet mal. Irgendwo habe ich doch was gesehen. Ach, egal. Ah, ein Wesen. Ein Wesen. So, rein hier. Da ist nichts. Schrotpatronen. Dockmeat. Waffenbank. Transfer. Na super. Ah. Okay. Na gut, so viel war jetzt hier auch nicht. Aber immerhin. Immerhin. Ja, keine Ahnung. Das ist hier keine Tür, ne? Nein. Ach nee, komm, das lassen wir jetzt hier. Was soll's. So, weiter geht's. Huch. Speichern. Speichern. Ganz wichtig. In meiner mystischen Lage hier. Aua. Schon wieder ein Red Skorpion, ey. Leck mich am Arsch. Ja, ganz leicht verpackt. Aber nur ganz leicht. Noch mehr Blähling. Ach, ich hasse die. Hier war doch noch eine, oder? Diese scheiß Viecher, ey. Ja. Ja, ja. Asche, Blüte. Mein Arzneimitt wirklich mehr, okay. So. Leute, ich muss hier eigentlich... Der Schlügler. Oh, diese kleinen Bieste, ey. Da sind noch mehr. Da. Ey, das sind so viele. Guck mal. Da kommt jemand, da. Boah. Wo denn? Ey, das ist nicht wahr. Das ist so fies. Was ist da hinten schon wieder? Kann ich nicht anvisieren? Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich bin hier wieder weg. Skorpione. Schon wieder. Ich bin zu weit weg, oder? Okay. Der ist tot. Was war das? Na, komm schon. Ich treffe aber auch nicht. Jetzt. Können wir gerne machen, Nicky Boy. Morbus-Ratten-Mutter? Äh. Ich werde hier noch so viel... Da vorne ist noch irgendein Haus oder so. Ich werde hier so viel Gegner haben. Die hatte ich ja jetzt schon. So, ich versuche jetzt noch das Haus zu entdecken. Ah, guck mal hier. Verlassene Hütte. Level up? Ja, einen Transfer brauche ich ja gar nicht machen. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich könnte hier meinen Schrott... Schlüssel, was? Evakuierungsplan. Ich habe irgendeine Schlüsse gefunden. Verdammt nochmal. Nein, ich bin überladen, oder? Ah. Miet. Gut, Leute. Ich werde jetzt erstmal hier die Folge beenden. Mich entladen und... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich werde... Nick, was werde ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich werde. Gut, ich werde erstmal speichern. So, ihr Lieben. Also. Mach's gut. War schön, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn ich jetzt hier weiter rumlungern muss. Wow. Das leuchtet nicht mehr. Okay. Wir sehen uns. Bis dahin. Habt einen schönen Tag und einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. S INT adjustment optimized. Baycket. Tarn. Tarn. istani. Tarn.